Achtung, wichtiger Hinweis. Retruth Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, den Gesundheitsämtern, der Bundesregierung sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegung entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Medien. So möchten wir die Verbreitung von Fake News unterbinden. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Wer unseren Kanal unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube. Herzlichen Dank. Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 5. Mai. Herzlich willkommen bei Free Truth Media und wie gewohnt für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen und wir starten wie immer in Gesamtdeutschland. Positiv getestet 3.451.550 Personen, gesundet 3.084.700. Verstorben an oder mit Covid-19 83.876. Hospitalisiert heute Stand 16 Uhr 4.832, haben wir Minus 114 zu gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 282.974 und haben ein Minus von 5.451 zu gestern. Im Prozent liegen wir in Deutschland bei 0,34% und ihr wisst 99,66% aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Der Ehrwert liegt bei 0,82. Hier haben wir Stand 4. Mai und die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland am 5. Mai liegt bei 132,8. Und wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet 603.434 Personen, gesundet 543.700. Verstorben an oder mit Covid-19 14.279. Hospitalisiert heute Stand 16 Uhr 752, haben wir Minus 9 zu gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 45.455, nahmen Minus von 1.077 zu gestern. Im Prozent liegen wir in Bayern bei 0,34%, 99,66%. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in Bayern zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 131,1. Ja, und jetzt noch der Blick in das Dashboard vom Robert-Koch-Institut. Wie gewohnt, in den letzten 24 Stunden in ganz Deutschland 23.200 Personen genesen laut dem Robert-Koch-Institut. Und dagegen überstehen 18.034 neue positive PCR-Tests. Und in Bayern in den letzten 24 Stunden laut dem Robert-Koch-Institut 4.000 Personen genesen. Und dagegen überstehen 2.859 neue positive PCR-Tests. Und noch der Blick auf die Belegung der Intensivstationen heute am 5. Mai Stand 16 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir in Bayern heute bei 22,3% und im Nachbarland Baden-Württemberg bei 24,8%. Das waren die Zahlen aus Deutschland und Bayern und wir schauen in die Regionen. Und der erste Stopp wie gewohnt in Kitzingen heute am 5. Mai. Positiv getestet 2.968 Personen, gesundet 2.754. Verstorben an oder mit Covid-19 85. Momentan wird in Stadt- und Landkreis Kitzingen eine Person intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegt. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Kitzingen, 129, haben wir minus 16 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,14%. 99,86% aller Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Kitzingen, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 77,9. Und der nächste Stopp wie gewohnt in Schweinfurt. Positiv getestet 7.364 Personen, gesundet 6.262. Verstorben an oder mit Covid-19 200. Und momentan werden in Stadt- und Landkreis Schweinfurt 16 Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Schweinfurt 902, haben wir minus 8 zu gestern. Und im Prozent liegen wir bei 0,53%, 99,47%. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Region zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Schweinfurt liegt bei 210,5. Und der nächste Stopp heute im Landkreis Bad Kissingen. Positiv getestet 3.367 Personen, gesundet 2.982. Verstorben an oder mit Covid-19 96. Im Landkreis Bad Kissingen werden momentan 11 Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Ja und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Landkreis Bad Kissingen 289, haben wir minus 13 gegenüber gestern. Und im Prozent liegen wir bei 0,28%, 99,72% aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 129,8. Und wir schauen in die nächste Region. Und wie gewohnt in Miltenberg heute am 5. Mai. Positiv getestet 5.606 Personen, gesundet 5.032. Verstorben an oder mit Covid-19 121. Momentan werden in der Region Miltenberg drei Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Stadt- und Landkreis Miltenberg 453, haben wir 13, also plus 13 neue PCR-Tests im Vergleich zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,35%, 99,65% aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Miltenberg liegt bei 174,0. Und der nächste Stopp in Main-Spessart. Positiv getestet 4.444 Personen, gesundet 3.946. Verstorben an oder mit Covid-19 206. Nach wie vor unverändert keine Personen auf der Intensivstation im Landkreis Main-Spessart, also hier unverändert. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Landkreis Main-Spessart, haben wir 292, haben wir minus 12 im Vergleich zu gestern. Und im Prozent liegen wir bei 0,23%, 99,77% aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 84,0. Und der nächste Stopp, die Main-Tauber-Region. Positiv getestet 4.797 Personen, gesundet 4.460. Verstorben an oder mit Covid-19 85. Und momentan werden in der Region sieben Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Main-Tauber-Kreis, haben wir 252, haben wir plus sieben neue positive PCR-Tests seit gestern. Und im Prozent liegen wir bei 0,19%, 99,81%. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Region, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 81,6 laut dem Robert-Koch-Institut vom 5. Mai. Das waren die Zahlen zusammengefasst heute für euch am 5. Mai. Leider keine Zahlen aus dem Landkreis Neustadt-Eisch-Bad-Winzern. Wir haben bis 18 Uhr gewartet, keine Zahlen bekommen. Aber ich hoffe, dass wir da morgen wieder auf dem Laufenden sind. Und jetzt schauen wir zusammen in die Meldungen. Ja, was haben wir heute gefunden? Wir haben wieder ein bisschen im Mainstream gesurft. Und die WHO ist in Zukunft in Berlin zu Hause. Denn da gibt es jetzt bald ein Zentrum gegen Pandemien. Und ein global agierendes Zentrum der Weltgesundheitsorganisation WHO gegen Pandemien wird seinen Sitz in Berlin haben. Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch an. Der sogenannte Hub werde seine Arbeit noch in diesem Jahr aufnehmen, sagte der Minister bei einer virtuellen Pressekonferenz mit WHO-Chef Tedros. Der globale Kampf gegen Pandemien müsse neu aufgestellt werden. Derzeit sei die Weltgemeinschaft noch nicht ausreichend. Auf Pandemien vorbereitet, sagte Spahn. In dem Hub sollen alle verfügbaren Informationen zusammengeführt werden und ausgewertet werden. Berlin sei mit dem Robert-Koch-Institut und der Charité dafür bestens vorbereitet. Also ihr seht, nach Corona ist vor irgendwas Neuem. Man plant hier schon weiter für zukünftige Pandemien. Und auch das RKI und die Charité, also Herr Drosten und Herr Wieler, spielen da wahrscheinlich in Zukunft wieder eine Rolle. Sind wir mal gespannt. Und Impfstoffe aus der USA und BRD als größter Geldgeber war meine Überschrift heute. Denn die Frau Merkel hofft auf baldige Impfstofflieferungen der USA. Kanzlerin Merkel hofft, dass auch die USA in absehbarer Zeit in die Versorgung der Welt mit Corona-Impfstoffe einsteigen. Derzeit sei dies noch so gut wie nicht der Fall. Und Deutschland der größte Geldgeber für die internationale Impfstoff-Allianz COVAX, sagte Merkel auf einer Transatlantik-Veranstaltung der Unionsbundesfraktionen. Aber sie setzte darauf, dass die EU und die USA künftig sehr eng zusammenarbeiten, um die Welt mit Impfstoff zu versorgen. Und ja, es wird natürlich ein gutes Geschäft für die Impfstoffhersteller. Hier nochmal zur Erinnerung, am 15. September 2020, BioNTech erhält vom Bund bis zu 375 Millionen Euro für Impfstoffentwicklung. Also, die haben damals richtig investiert. Und wer es natürlich so absieht, war jetzt schon die Engländer. Und schaut mal her, die Briten kriegen ihre dritte Corona-Impfung. Und zwar im Herbst. Ja, Minister hoffnungsvoll, bis Weihnachten verschwindet Corona in den Hintergrund. Aber natürlich nur, wenn es eine dritte Impfung gibt. Na klar, während wir noch über die Zweitimpfung sprechen, denkt man in Großbritannien weiter. Dort soll jeder Brite über 50 Jahre noch in diesem Herbst eine dritte Corona-Impfung bekommen. Laut der Times will die britische Regierung damit bis Weihnachten jede Bedrohung durch neue bestehende Corona-Viren ausmerzen. Also, auch hier in Deutschland wird es dann so sein. Und natürlich, warum sonst bauen denn die Impfstoffhersteller jetzt überall neue Werke, wenn es vielleicht mit zwei Impfungen erledigt wäre. Also, ihr seht es, geht weiter. Und Kanada als Vorreiter, ja, die haben heute den BioNTech-Pfizer-Impfstoff für 12-Jährige zugelassen. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer wird in Kanada auch für Minderjährige ab 12 Jahren zugelassen. Das bestätigt die medizinische Chefberaterin der Arzneimittelbehörde des Landes, Supriya Sharma. Für kommende Woche wurde ein ähnlicher Schritt der US-Arzneimittelbehörde, FDA, erwartet. Also, ihr seht, Kanada kommt oder ist da, Amerika kommt. Und Deutschland wird mit Sicherheit sehr schnell folgen. Und in Kanada ist das Mittel bislang für Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen. Und Erwachsenen, Pfizer, Ende März, erste Ergebnisse. Eine Studie mit 2260 Personen aus den USA veröffentlicht. Der zufolge es unter vollständigen, mit dem Mittel geimpften 12- bis 15-Jährigen keine Fälle von Covid-19 gab. Bei Ungeimpften dagegen 18. Die Nebenwirkungen bei den Probanden ähnelten denen bei jungen Erwachsenen. Zu ihnen gehörten Fieber, Schmerzen, Schüttelfrost und Erschöpfung. Besonders nach der zweiten Dosis. Also, hier seht ihr, BioNTech verliert wieder mal keine Zeit. Und ich habe mir heute ein bisschen was rausgesucht, weil ich wurde heute öfter mal angeschrieben, wegen verschiedenen Meldungen auf verschiedenen Kanälen. Und da hat es geheißen, dass es wirklich eine Pressemitteilung gibt, dass die Intensivstationen während der Pandemie nie am Rande der Überlastung waren. Und ja, das ist korrekt. Und ich habe mir heute die Pressemitteilung für euch mal rauskopiert. Beirat diskutiert und verabschiedet Analyse von Professor Augurzki und Professor Busse zum Leistungsgeschehen der Krankenhäuser und zur Ausgleichspauschale in der Corona-Krise. Gute Patientenversorgung auch in der Corona-Pandemie stets gewährleistet. Instrument der Freiheitspauschale zur Sicherung der Krankenhäuser wirksam. Können wir uns mal kurz durchschauen. Die Analyse der Leistungsdaten aller deutschen Krankenhäuser zeigt, dass trotz der Aufforderung der Bundesregierung im Frühjahr 2020 planbare Leistungen zu verschieben, die stationäre Versorgung in Deutschland im ersten Pandemiejahr 2020 flächendeckend gewährleistet werden konnte. Nach einem Rückgang der Krankenhausfälle im Frühjahr um circa 30 Prozent wurden auf Jahressicht im Bereich der allgemeinen Krankenhäuser 13 Prozent und im Bereich der psychiatrischen Kliniken 11 Prozent weniger Fälle als im Vorjahr versorgt. Im Jahresdurchschnitt waren 4 Prozent aller Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. 4 Prozent. Hier die Pressemitteilung, die ich mir habe heute schicken lassen. Im Jahr 2020 hat der Bund 10,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um ausreichende Kapazitäten für die Versorgung von Corona-Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Damit wurden gemäß Gutachten für die Krankenhäuser Erlösverluste vermieden. Darüber hinaus zeigte die Analyse deutlich, dass die durch den Beirat im Frühsommer empfohlenen Anpassung der Freihaltepauschale nach der Krankheitsschwere und der Verweiltauer der Patientinnen und Patienten und damit orientiert an den durchschnittlichen DRG-Erlösen pro Behandlungstag zu differenzieren. Die Zielgenauigkeit der Maßnahmen verbessert hat. Ja, also ich mache das euch vielleicht mal in die Beschreibung oder rein. Könnt ihr euch durchlesen. Der ganze Bericht hat 66 Seiten. Der ist sehr lang, aber ich kann euch auch hier den Link geben. Könnt ihr euch als PDF runterladen und wen es interessiert, durchlesen. Aber es ist ganz klar, es waren 4 Prozent im Jahresdurchschnitt in dem Pandemiejahr 2020 an Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Also auch für alle, die jetzt wieder sagen da draußen, nein, das waren mehr. Das hier ist die offizielle Pressemitteilung zusammengefasst. Und Leute, es ist einfach eine Tatsache und es sind 4 Prozent gewesen. Ja, und deswegen die Panikmache in den Mainstream-Medien. Hier schwarz auf weiß. Und man fordert auch, dass die Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser noch bis 31. Mai 2020 darüber hinaus verlängert werden. Und es ist unglaublich, weil man doch jetzt letztes Jahr so viel Geld in die Krankenhäuser reingesteckt hat, um Betten zu kaufen, Intensivstationen aufzufüllen. Und bei 4 Prozent Corona-Patientinnen und Patienten? Ja, was soll man sagen? Lest es euch durch. Und dann war nochmal eine Frage, wie es jetzt ausschaut bei der Haftung von AstraZeneca. Also, wenn jetzt Impfung für Jüngere, wer haftet bei Nebenwirkungen? Habe ich dann einen Artikel gefunden bei in Franken. In immer mehr Bundesländern kann sich jeder unter 60 Jahren mit AstraZeneca impfen lassen, der es möchte. Die Impfung erfolgt aber auf eigene Gefahr. Eine Empfehlung gilt nur für Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Was bedeutet das für die Haftungsfrage bei Impfschäden und Nebenwirkungen? Also ihr wisst, AstraZeneca ist nur für Menschen über 60 von der STIKO zugelassen. Für unter 60 eigentlich nicht. Was heißt es? Nicht nur in Bayern kann sich jede mit AstraZeneca impfen lassen. Die Impfung bei unter 60-Jährigen erfolgt aber auf eigene Gefahr. Doch wer haftet für Nebenwirkungen bei Jüngeren? Das Bundesgesundheitsministerium hat dazu einen Antwortkatalog. In Bayern und einigen anderen Bundesländern gilt die Ansage. Wer AstraZeneca will, bekommt AstraZeneca. Jeder kann sich für eine Impfung mit dem umstrittenen Vakzin anmelden. Anders als in Dänemark, das die Impfungen mit AstraZeneca komplett ausgesetzt hat. Die werden schon wissen, warum sie das gemacht haben. Und hinter dem Impfstoff liegen bewegt die Monate. Erst nicht für Menschen über 65 zugelassen, dann ausgesetzt, dann wieder zugelassen. Mittlerweile empfiehlt die ständige Impfkommission AstraZeneca nur noch für Menschen über 60 Jahren. Also was sonst nicht gut war, ist jetzt perfekt. Und was sonst perfekt war, ist jetzt nicht mehr gut und auf eigene Gefahr. Und dann schauen wir noch ganz schnell in die Haftung rein. Wo war das? Ja genau, unter 60. Also wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ich würde gerne AstraZeneca haben, der von der STIKO nicht empfohlen ist für unter 60. Anders sieht es bei jüngeren Menschen aus. Da die Empfehlung der STIKO für sie nicht gilt, haben Menschen unter 60 Jahren keinen Anspruch auf Schadensersatz von Bund und Ländern. Sie lassen sich auf eigene Verantwortung impfen. Im Einzelfall sei es möglich, den behandelnden Arzt in Haftung zu nehmen, berichtet der Bayerische Rundfunk. Wenn der Arzt seiner Aufklärungspflicht nicht nachgekommen sei, bestünde im Einzelfall eine Möglichkeit, Regress zu fordern, wird der Jurist Alexander Ehlers zitiert. Wenn Ärzte jedoch aufgeklärt haben, werde der Patient das Risiko wohl selbst zu tragen haben. Das sind die Tatsachen, das sind die Fakten. Also, ihr habt es ja gehört, der Herr Söder hat gesagt, nur wer es haben möchte, der kriegt das. Er findet das selber super, hat es aber selber natürlich nicht genommen. Er hat Biontech genommen. Er war also nicht zu mutig. Das steht jetzt hier. Heute nochmal für euch rausgesucht. Was haben wir noch? Ah ja, unsere Kontakte, ihr wisst, Telegram, Facebook, E-Mail, free-truth-media.gmx.de. Die Live für die Live-Übertragungen und natürlich Dailymotion für die täglichen Filme. Und auch gestern, den Film haben wir ja reingestellt vom Gericht in Schweinfurt. Unsere Button-Aktion läuft nach wie vor, setzt mit uns ein Zeichen. Und wenn ihr neue Button-Vorschläge habt, schickt ihr uns. Wir sind natürlich, ja, wir haben immer ein offenes Ohr. Kamen immer mal ein paar witzige. Wir müssen nur aufpassen, wenn es die schon gibt und die sind geschützt, dann können wir die natürlich nicht machen. Aber falls euch was ganz was Neues einfällt, her damit. Free-truth-media.gmx.de. Und dann schauen wir mal. Das war es für heute, denn ich möchte euch noch was erzählen. Also zum ersten Mal, warum kommen die Zahlen immer so spät? Ich kann es euch sagen. Ich habe jetzt bis 18 Uhr gewartet und habe von Neustadt-Eichsbad-Winzheim zum Beispiel immer noch keine Zahlen bekommen. Der Main-Tauber-Kreis hat heute die Zahlen um 17.35 Uhr veröffentlicht. Also ihr seht, die lassen sich da immer sehr viel Zeit. Und natürlich, wenn ich möchte aktuelle Zahlen für euch haben und wenn die nicht da sind, ja, was soll ich dann machen? Ich kann es nicht immer weglassen. Aber wenn es halt nach 18 Uhr nicht da ist, so wird es heute in Neustadt-Eichsbad-Winzheim, dann muss ich es halt weglassen und hoffe, dass wir da dann morgen wieder neue Zahlen bekommen. Aber ich war heute auch unterwegs. Und zwar, ihr wisst, am Montag war ich bei Gericht in Schweinfurt und habe dort den Prozess begleitet, wo es um die Ordnungswidrigkeiten wegen Mund-Nase-Bedeckung und dem Abstand bei den Demonstrationen ging. Und heute war ich im Landgericht in Nürnberg und habe dann im Prozess beigewohnt. Ja, da ging es um Wirtschaftsdelikt. Und da haben viele gefragt, wie war denn das jetzt so als Vergleich? Und ich kann es euch erzählen, also am Montag im Gerichtsgebäude, klar, FFP2 Maskenpflicht, am Eingang Metalldetektor, so wie üblich, kennen wir bei Gerichtsgebäuden. Man wird durchsucht, Taschen geleert, hat dort dann, ja, so eine Einlasskontrolle, wir haben Flughafen ähnlich und das war es normalerweise. Am Montag war das am Eingang so mit der Kontrolle und dann ging es links in den Gerichtssaal. Das waren ungefähr 20 Meter Gang und dann war der Gerichtssaal. Und vor dem Gerichtssaal war ein Tisch aufgebaut. Da musste man das gleiche Spiel wie am Haupteingang nochmal machen. Alle Taschen ausleeren. Man durfte ins Gerichtssaal nichts mit reinnehmen. Kein Handy, kein alles, was in Taschen war, auspacken. Kam in ein Briefkuvert, wurde versiegelt. Und, sehr, sehr ungewöhnlich, habe ich noch nie erlebt, es wurden alle Personalausweise kopiert von den Personen, die da in diesen Gerichtssaal reingegangen sind. Und wenn das alles erledigt war, wurde man nochmal durchsucht, nochmal körperlich durchsucht. Also zweimal für einen Prozess mit einer Ordnungswidrigkeit. Und im Gerichtssaal mussten alle ihre Maske aufbehalten. Alle. Attest, wenn da war, wurde diskutiert. Auch das wurde dann fotokopiert und wieder diskutiert damit. Aber eigentlich hat die Richterin darauf bestanden, dass alle ihre Maske aufhaben. Wie war es heute? Landgericht. Die ganz normale Einlasskontrolle am Eingang. Das war's. Mehr nicht. Weder vorm Gerichtssaal dann noch, weder eine Fotokopie vom Ausweis. Gar nichts. Und jetzt haltet euch fest. Im Gerichtssaal. Beginn der Verhandlung. Keine Maske. Amtsgericht Schweinfurt. Landgericht Nürnberg. Ja, so ist es. Müsst ihr euch mal vorstellen, welche Unterschiede da gemacht werden. Von daher ist es dann für mich wieder so ein Gefühl gewesen. Das war am Montag einfach wieder mal so eine Provokation. Das war schon eine Ordnungswidrigkeit wegen nicht getragener Maske. Dann bleibt die Maske im Gerichtssaal auf. Auch wenn wir ja sehen, dass das laut Prozessordnung eben eigentlich nicht der Fall ist. Und heute hat man sich da wieder korrekt dran gehalten. So sind die Unterschiede. War recht aufschlussreich für mich. Und war auch ein ganz anderes Klima wie am Montag bei Gericht. Obwohl es eine viel, viel größere Verhandlung war. Ging zwar um Wirtschaft und Kapital. Aber egal. Gericht ist Gericht. Und Gerichtsordnung ist Gerichtsordnung. So viel da dazu. So als kleine Anekdote heute. Dann noch was. Ich wurde immer gefragt, wie schaut es denn mit dem PCR-Test aus? Zwecks wie viele Zyklen werden die ausgewertet? 30, über 30, unter 30, wie auch immer. Und wie werden die dann auch, diese Zyklen, an die Gesundheitsämter mitgemeldet? Und ich habe jetzt an vier Labore, die diese PCR-Tests aus werden, Anfragen gestellt. Gestern und heute. Ich bin gespannt, wann das erste, ob überhaupt eine Antwort kommt. Wir bohren da natürlich nach. Und wir haben immer noch 30 Kliniken in der Pipeline, die wir angeschrieben haben als Presse, wie das mit den Belegungen der Intensivbetten ist. Ob die Personen, die auf Intensiv liegen, wegen Covid dort drinnen sind oder wegen was anderen da liegen und nur in Anführungsstrichen einen positiven PCR-Test haben. Bis jetzt hat noch keine einzige Klinik geantwortet. Aber auch da bleiben wir dran, denn wir wollen natürlich für euch die Wahrheit herausfinden. Das war es für heute. Bisschen kürzer wie sonst. Ja, wir haben jetzt, wie lange haben wir? 24 Minuten. Das ist okay. Man kann es auch mal ein bisschen knackig machen. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken für meine Unterstützer. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Und ja, ich sage einfach mal wieder ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Wer möchte und der Kanal, ja, wer den Kanal toll findet, darf ihn natürlich abonnieren. Ihr könnt auch einen Like da lassen. Ihr wisst, eigentlich wollte ich ja nicht so viel bei YouTube mehr sein, wegen immer diesen Zensuren und Sperren. Aber jetzt sind wir halt da. Aber bitte bedenkt immer dran, wenn es hier weg ist, geht in die anderen Kanäle rein. Denn man möchte natürlich frei berichten, ohne dass immer irgendwas zensiert und gesperrt wird, wie jetzt bei den anderen Kollegen. Also von daher auch beim Kommentieren bitte fair, sachlich und konstruktiv. Und bitte auch in den Gruppen. Bleibt einfach wirklich fair und nett zueinander. Spaltet euch nicht da auf. Diskutiert nicht, wie auf Messerschneide. Diskutiert, aber diskutiert einfach sachlich. Und wenn jemand mal was doppelt postet oder doppelt fragt oder dreimal fragt, das ist doch egal. Kann man doch eine nette Antwort geben. Und es reicht doch, wenn da draußen schon alle so verrückt sind. Dann müssen wir doch wenigstens in unseren Gruppen einfach entspannt bleiben und miteinander gut umgehen. Das wäre so mein Wunsch. Und mein Spruch des Tages natürlich wie immer am Ende. Bleibt in der Mitte. Wir kommen da zusammen durch. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Und ich sage nochmal Danke, Danke an eure tollen Kommentare und Rückmeldungen. Und jetzt genießt noch euren Abend. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Euer Dirk. Baja. Untertitelung des ZDF, 2020